Hallo und willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Mein Name ist René Ranisch, ich bin der Geschäftsführer der Firma Fraymedia und heute möchte ich über zwei ganz, 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 ganz große Probleme sprechen. Warum du als Filmemacher einfach nicht weiterkommst. Sprich, wenn du diese zwei Probleme hast, wirst du immer nur bis zu einem gewissen Punkt kommen und weiter einfach nicht. Beziehungsweise du brauchst für alles zehnmal so lange, weil du es einfach nicht verstanden hast. Du hast nicht verstanden, worum das hier alles geht. Du denkst immer noch, deine Aufträge kommen von alleine oder deine Sympathie punktet irgendwo. Ist alles komplett falsch. Darum geht es heute um das Video. Emotionen und stumpf umsetzen. Wenn du diese beiden Probleme bewältigt hast, wirst du definitiv in ganz, ganz kurzer Zeit Erfolge erzielen und viel, viel weiterkommen. Oder ich sag mal in kürzester Zeit das schaffen, wofür du wahrscheinlich die letzten Jahre gebraucht hast. Stell dir mal vor, du sprichst mit jemandem oder noch besseres Beispiel. Du hast mit deinem Kunden einen Vertrag über eine Videoproduktion, Musikvideo, Imagefilm, wie auch immer. Ist gerade egal. Und die Person sagt zum Beispiel, ah du, hör mal zu, können wir das vielleicht verschieben. Ich weiß nicht, ich habe gerade so viel zu tun. Und ja, mein Haustier muss jetzt auch richtig oft zum Tierarzt. Und ich muss die Wohnung noch streichen und ach, mir ist das gerade alles zu viel. So, neun von zehn Leuten sagen, ah ja gut, klar, hast du recht, komm wir verschieben das nochmal. Und dann nochmal und ja, ich habe dir jetzt gar nicht mitgedacht. Du hast ja auch ein Haustier gelacht. Aber das ist, das ist die Wahrheit. Also ich höre wirklich so oft so viel emotionale Geschichten oder einfach Storys, wo einfach Gefühl drin ist, was in der Businesswelt nichts zu tun hat. Wenn du immer noch emotional denkst oder emotional handelst, egal in was, mit deinen Kunden oder irgendwelche Tätigkeiten in deinem Alltag, dann wirst du niemals weiterkommen. Oder du kommst weiter, aber ganz, ganz wenig. Natürlich muss man das alles abwiegen zwischen Menschlichkeit und, sage ich mal, so einer Businessgrenze. Also du sollst jetzt kein irgendwie Soldat sein. Aber du musst immer daran denken, am Ende vom Tag ist es dein Business. Und wenn du auf Emotionen oder privaten Kram eingehst, dann ist es immer Schrott. Totaler Schrott. Noch ein gutes Beispiel, wenn du jetzt irgendwo anrufen sollst wegen Kaltakquise oder du hast eine E-Mail geschickt, telefonierst nach. Dann gibt es wirklich Leute, die denken von vornherein, bevor die gewählt haben, Boah, vielleicht hat der heute überhaupt keine Zeit oder vielleicht geht es ihm gerade nicht so gut oder das Wetter ist auch nicht so gut. Vielleicht ist der allgemein heute ein bisschen schlecht gelaunt. Ey, ist scheißegal, wie der gelaunt ist. Scheißegal, ob der sich heute ein Fuß ziel gestoßen hat. Scheißegal, ob, keine Ahnung, Finanzamt einen Brief geschrieben hat. Ist alles scheißegal. Weil du rufst halt nur an aus dem Business-Grund. Du rufst nicht an, um zu fragen, ja, und, heute gut geschlafen? Was gibt es heute Gutes zu essen? Ist alles scheißegal. Sorry für die Ausdrücke, aber man muss halt einfach mal so die harte Wahrheit aussprechen. Weil ich könnte locker, locker 200 Beispiele hier nennen von Menschen, die einfach nichts auf die Reihe kriegen, weil die für andere mitdenken und immer so einen emotionalen Aspekt haben. Bei allem, bevor die irgendeinen Schritt machen. Sprich, weiß nicht, äh, ja, wir brauchen ein Auto für eine Videoproduktion oder wir brauchen eine Drehgenehmigung. Ruf mal da an. Ah, weiß nicht, 12 Uhr, vielleicht machen die gerade Mittag oder ob die mir das jetzt wirklich so genehmigen oder ob die da Bock drauf haben oder ob die das gut finden, was ich mache. Junge oder Jungs oder auch jetzt Weibliche aus der Branche. Es spielt keine Rolle, ob die das gut finden, schlecht finden oder ansatzweise was davon halten. Ist total unrelevant. Du rufst dort an. Du rufst nur aus dem Grund an für deine Produktion. Alles andere ist egal. Für dich als Zuschauer klingt das jetzt vielleicht irgendwo selbstverständlich, aber es ist nicht nur beim Telefonieren. Es ist auch Social Media überall. Manche kriegen es nicht mal gebacken, eine E-Mail zu schreiben, weil die denken, poh, die schreiben doch eh nicht zurück, weil die es vielleicht nicht gut finden oder nichts davon halten oder meine Sachen sind eh noch nicht so gut. Irgendwann zweifelt man dann auch an sich selbst und es ist nur, weil du emotional denkst. Bei mir ist das so, ich bin emotional komplett kalt, was das betrifft und ich setze einfach stumpf um. Das ist halt dann so der folgende Punkt von dem Video heute. Schalt deine Emotionen aus und setz stumpf um. Es interessiert niemand, was heute bei dir im Leben abgegangen ist. Und niemand hat auch dafür Verständnis, wenn dir es heute schlecht geht. Umgedreht ist es halt genauso. Sprich, wenn du jetzt hier 100 Telefonnummern hast, musst du diese 100 einfach anrufen. Natürlich sind da 50 dabei, die keinen Bock auf dich haben. Aber du kannst es noch so switchen, je nachdem du es halt rüberbringst, dass die Person auf einmal hellhörig wird mit, oh, das ist vielleicht doch was Gutes. Aber es gibt so viele Menschen in der Branche oder allgemein im Businessbereich, die das nicht gebacken kriegen. Die denken für andere, die bringen bei jedem Kram irgendwie Gefühle mit rein und aus dem Grund sind die immer noch genau hier, genau in diesem Kreis oder in dem Punkt, wo die gestern waren. Mach doch mal einen Unterschied. Vergess mal kurz die letzten 2-3 Wochen, wie du gedacht hast, über Neukunden oder soll ich den anschreiben? Der antwortet eh nicht. Und wenn ich die jetzt anrufe, vielleicht sagt die nein. Ich brauche 2 Models für ein Musikvideo. Vielleicht sagen die nein. Oder vielleicht denken die, ich will was anderes. Oder vielleicht finden die meine Videos nicht gut. Selbst wenn das alles stimmt, was du sagst. Ist völlig egal. Du rufst dort nur an aus einem Grund. Du willst diese Models oder diese Damen oder was auch immer, das Auto für die Produktion brauchst du das, weil ein Kunde das haben will. So, morgen fragt dir auch niemand mehr danach. Denk mal so rum. So, und du musst einfach stumpf umsetzen. Hör auf, für andere zu denken. Ist scheißegal, wie das im Video aussieht. Wenn die Person in der und der Sequenz nicht gut aussieht oder dick aussieht. Und du sagst, hör mal zu, dreh dich mal so, weil so siehst du kräftig aus. Oder pack mal das Auto so, so sieht es irgendwie zu klein aus. Dann ist es scheißegal, ob es der Person gefällt oder nicht. Oder ob dem Besitzer von dem Auto das wehtut, weil man sagt, sein Auto sieht von der Seite scheiße aus. Es ist völlig egal. Du machst das nur aus einem Grund, dass am Ende vom Tag das Produkt und der Kunde gut dastehen. So, wenn du diese Punkte verstanden hast, dann wirst du locker, locker 30, 40 Prozent mehr Erfolg haben. Weil genau dieses Problem haben richtig viele und fangen es gar nicht an. Ich meine, ich könnte jetzt auch denken, okay, wir haben jetzt gerade halb neun. Warum mache ich das Video? Ich muss es nicht machen. Es guckt eh keiner auf YouTube oder es interessiert sich eh niemand. Also, vielleicht lachen auch welche, vielleicht tun auch ein paar Daumen runter. Ist mir völlig egal. Wenn davon eine Person sich meldet und ich der Person damit geholfen habe, bin ich dankbar. Aber nicht mal das empfinde ich dafür. Dankbarkeit, also was es das betrifft. Im Endeffekt, wenn du dieses Problem machst und das jetzt gerade siehst, dann weißt du ganz genau, ey, der Typ hat recht. Weil ich komme einfach nicht voran. Ich hocke jeden Tag rum, tue meine emotionalen Sachen irgendwie, aufschreiben oder mir durch den Kopf gehen lassen und in der Zeit, wo ich das mache oder darüber nachdenke, was passieren könnte, in der Zeit komme ich nicht in die Umsetzung. Das ist der Punkt. Wenn du deine Emotionen komplett ausstellst, bedeutet, gar nicht mehr wahrnimmst, was andere denken, das komplett an dir kalt abprallt und du einfach stumpf umsetzt. 20 Leute angerufen, 20 haben gesagt, nerven sie mich nicht. Ruf weiter an. Ist egal. Die Leute sind, nimm es nicht persönlich. Vergesst diesen ganzen Gefühlskram und Freude, schön, gut, bla bla bla. Setz einfach stumpf um und dann wirst du tausendprozentig mehr Erfolg haben und auch mehr Umsatz machen. Definitiv. Also wenn du jetzt Filmemacher bist, immer noch zu Hause rumsitzt und wartest, dass da irgendwie Aufträge kommen und du hast Langeweile auf deinem Filmemacher-Instagram-Profil, irgendwelche Stories postest, private Stories, das ist auch noch so ein großer Faktor. So viele posten immer irgendwelche privaten Sachen und dann heulen die rum, weil die ganze Reichweite sich von selber abfackelt und dann sagen die, ja, puh, scheiße, ich kriege keine Aufträge, es bringt alles nichts, warum soll ich das alles noch machen? Dann seid ihr selber dran schuld, aber das ist ein anderes Thema, wo ich nochmal in einem anderen Video demnächst drauf eingehen werde, weil das auch sehr wichtig ist. Genau. Also sprich, wenn du jetzt Filmemacher bist oder Fotograf oder allein in einem Business-Bereich und keine Ahnung hast, wie du an Aufträge kommst, oder einfach kein System hast, keine Strategie, wie ich das zum Beispiel mache, wo wie Butter läuft, ohne Probleme, ohne Probleme. Morgen früh aufstehen oder am Montag aufstehen, E-Mail-Postfach, bam, neue Anfragen. Anrufen, zehn Leute anrufen, acht sagen ja. Wenn du das willst, wenn dich das wirklich interessiert und du auch wirklich bereit bist, die Sache tausendprozentig ernst zu nehmen, dann melde dich jetzt, der Link ist in der Beschreibung unten oder schick mir nochmal eine E-Mail oder schreib mir eine Message bei Instagram, wie auch immer, dass du dieses Video gesehen hast. Wir das bei dem letzten Video auch schon ein paar gemacht haben, by the way. Gut, vielen Dank fürs Reinschauen und ich freue mich, von dir zu hören. Bis zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.